Ich suche nach jemandem. Nach einem linken Burroughs. Von dem solltest du dich lieber fernhalten. Ja, warum das denn? Als total riskant wäre, diesem Typen hier zu begegnen. Schneeflöckchen. Wo finde ich ihn? Er hat den Bruder der Vizepräsidentin umgebracht. In einem Monat wird er gegrillt. Und deshalb ist hier niemand gefährlicher als dieser Typ. Denn er hat ja nichts mehr zu verlieren. Die können ihn ja nicht zweimal hinrichten. Und wie komme ich zu ihm? Gar nicht, aber er kommt hin und wieder zum Gottesdienst und zur P.I. raus. P.I.? Was ist das? Prison Industry. Das ist so eine Art Knastfabrik. Da wird gemalert, Holz verarbeitet, irgendwas gebaut, du weißt schon. Das kannst du für dich aber gleich vergessen. Denn da kommst du niemals rein. Wieso nicht? Da hat John Abruzzi das Sagen. Der Mafia John Abruzzi? Ja, der Mafia John Abruzzi. Wieso willst du unbedingt zu diesem Burroughs? Weil er mein Bruder ist.